Was geht ab, Leute? Das Video fängt ein bisschen random an, aber ich wollte noch ganz kurz ein Intro zu dem Video machen und zwar haben wir jetzt angefangen mit der Gang Among Us zu spielen und hier sind zwei Imposter-Runden von mir. Ich habe auch vor, das in Zukunft zu streamen, also wenn ihr darauf Lust habt, lasst doch mal ein Like da und schreibt es in die Kommentare und ja, viel Spaß bei meinen Imposter-Runden. So Leute, die Runde fängt ein bisschen random jetzt an, aber das wird ein Win. Ich sag's euch, das wird ein Win. Spidey und ich sind Imposter, Leute, das ist das ultimative Imposter-Duo. So, guck mal hier, Nummer 9, der hat eh keine Ahnung. Das Ding ist, die sind alle sehr schlecht, da muss man wirklich, man muss auch schlecht spielen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Sabotage mache, dann wissen die einfach, dass ich das bin, wisst ihr? Weil die wissen, dass ich zocken kann, das Spiel. So, manchmal Reaktor aus. Man muss auch schlecht spielen, wenn ich jetzt die ganze Zeit Sabotage mache, dann wissen die einfach, dass ich das bin, wisst ihr? Okay, langsam muss man ja noch sterben jetzt hier. Haben die schon gemacht, die können schon machen. So, wen bringen wir jetzt um? Ah, der Spidey, was auch. Oh, die machen die Aufgaben ganz schön schnell, Alter. Ich muss mal jemanden umbringen. Ich muss mal jemanden umbringen jetzt. Ist der keine Ahnung mehr? Ist der keine Ahnung mehr? Der Mo, der Mo muss glaube ich dran glauben. Oh Gott, ich hab vor ihren Augen gewendet, Leute. Ich hab vor ihren Augen gewendet. Ich tue jetzt einfach, ich komme auch mal. Hat er gemacht. Keine Ahnung. Von seinem größten Erzwein, Tom. Ja, du wisst, das ist das selbe Ort das letzte Mal, wo ich nicht erklären konnte. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich war gerade auf dem Weg zum... Versucht das mal mit Worten zu beschreiben. Ich war gerade auf dem Weg. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du da, wo du diese Asteroiden abschießt, von da runter, dieser Gang, ganz unten, in der Ecke war. Ganz unten rechts. Bei Shields, oder was? Ja, das ist Shields. Da war ich schon nicht mal. Wer sagt denn, dass ich das war? Ich war da nicht mal. Ich war mit Jan unterwegs. Der Junge verfolgt mich einfach. So sieht's aus. Okay. Ja, aber dann verfolgt du mich. Boris, du sagst Tom, was? Nein, Bruder, ich hab einfach nur einen Namen reingeworfen. Ach so, ich lasse schon. Skipp den, skipp. Skipp, ich hab Reaktor auch gefickt. Hab ich. Es gab zwei. Okay, Leute, jetzt muss ich ein bisschen killen. Ziele war neu, Alter. Ich lasse den Jan am Leben, weil der Jan ist eh schon Zass für alle. Ich gehe jetzt erstmal Elektrical und fag da ein bisschen Tars. Ich mach mal welches... Ey, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt wirklich mal sterben nachher. Ich bin bei dir zu töten jetzt. Hier ist Spidey. Ich hab mich gerade gespielt. Habt ihr gesehen, dass ich gewendet hab? Und direkt der nächste Kill. wie worden du verfolgst mich nur kann er sein ich habe mich gerade aus dem ding raus aus mädchen raus und ist wieder rein und hat mich verfolgt und ist dann in die richtung ich schwöre der mal umgebracht ich habe gefunden zwischen security und reaktor in dem moment ist jan raus erst nach links gelaufen also richtung reaktor ich habe mich dann ist denn ich kann ihr könnt gerne noch mal kommen ist nämlich gern noch mal und dann ist dann wieder zurück in medbay und sagt jetzt ich verfolge dann bin ich den gang runter zu reaktor und er ist mitgelaufen und ich habe dann reporten leute letzte runde hat dann lukas geworfen ja ja deswegen hast du nicht geworfen jan letzte runde hast du den zweiten geworfen weil du verdächtig bist ich vertraue gewonnen ich vertraue gewonnen ich vertraue gewonnen also ich sage jetzt nicht safe dass jan es ist ich sage euch nur was genau passiert wenn ihr verlieren wollt dann wählt man auch skippen ich werde ich dir noch kurz was sagen ich will meinen mein favorit wieder leute es läuft nach plan die haben kein plan dass du das nicht es sind jetzt ist jan draußen haben wir eigentlich schon die runde gewonnen wir werden jetzt einfach ein doppel kill machen als die hat sich die runde beendet mich kann jetzt gerne verfolgen ich werde verfolgen oh mein gott das ist nicht jump das ist der win das ist der win jump kann ja mal das spiel nicht spielen das ist der doppelgewin, der doppelgewin wird so schön jetzt komm 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 ey, sehr stabil Lukas, sehr stabil was habe ich gesagt? sehr stabil Leute, so geht das, so geht das direkt gesagt der Tom war das Digga genau so nur weil ich Ausländer bin den beste du hier wir mussten sogar nur einen killen ne? ich habe ein problem gehabt in dieser runde du hast einfach nur einen gekillt Tom ja ich habe einfach nur einen gekillt 6 ein halbstunden später und der Tom saß doch der Ray Tom und Ray noch so ja der Tom, der Ray kann das auf jeden Fall bezeugen das wird die runde noch ja ich wollte eigentlich direkt sagen so ne das war Tom aber das war zu schnell machte direkt so ja ich habe gerade Ray direkt im Gang gefunden ich muss kurz gucken wie das da heißt bei Shields, sorry ich habe Ray bei Shields gefunden einfach bei Shields also mitten im Raum so ja also für den kill sind Musti, Pablito wie Dave ja seid ihr auch weil jetzt haben wir alle entgegengekommen ich habe auch gesehen irgendjemand hat den wie bitte? hattest du wieder bock auf ein self report? ne also klar kann man denken jetzt aber äh Digga das wäre der dümmste kill überhaupt gewesen weil ihr wart ja alle auf der rechten Seite und ich war da mit euch was hast du gesagt Yvonne? also die einzigen ohne Alibi sind Musti, Pablito und Tom oder? nein Musti, Pablito und ich waren zusammen und weil wir zu dritten ja wir waren die ganzen 2 alle weg zusammen ich skipp ich skipp ich skipp aber Meli ist fast Meli ist fast so machen wir ihn jetzt gleich schön jetzt mal gucken was hier oben geht ne da war ich ja schon das letzte ist was jetzt laufen wir mit Mol hier lang und ich sind Freunde komm wir laufen zusammen so hier haben wir nochmal neun Spidey Pablito boah hier sind alle Digga warum sind die alle auf dem Haufen? das kann doch nicht sein dass hier keiner ist da ist wieder nur Mo was will ich mit Mo, Alter? hier ist auch niemand ey Leute den nächsten oh das ist eine Leiche das ist eine Leiche boah Nummer 9 also ich hab das ist meine letzte Task die ich machen muss ich bin da hochgelaufen und Pablito ist im gleichen Moment hingekommen das kann der Safe bezeugen und dann haben wir da Boris gefunden wo denn? ja dann über Reaktor nochmal komplett oben links also ich bin fertig ich kann safe mit einem laufen same ich muss auch eine Task machen dann kann ich auch mit jemandem mitlaufen also ihr könnt gerne mich verfolgen ja zwei Aufgaben also Spidey's Business Suspicious was laberst du Alter ich war so schnell durch mit den Aufgaben was für Suspicious Meli weil ich schnell bin warum musst du so schnell durch weil ich arbeite im Gegensatz zu euch also was machen wir jetzt Boys & Girls 15 Sekunden ja skippen ja würd ich auch sagen aber ich glaube eh dass Spidey beim killen okay Spidey muss sterben ja außerdem überleg mal es gibt super wenig sabotagen Spidey muss sterben ja sehr komisch das heißt es muss jemand sein der das Spiel nicht kennt ah muss die okay gut die sind schon mal ganz weit weg von mir aber jetzt müssen die Kills kommen Leute ich war grad viel zu passiv die Kills müssen jetzt kommen die Kills die sind wirklich schon fast fertig ja dann wird die sind ja wirklich schon fast fertig ja ja das ist doch so weg wenn die alles zusammen laufen was haben wir noch machen ne nein Okay, 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 bruh. Salam Aleikum. Hallo, und zwar habe ich keine Aufgaben mehr. Es gibt einen Grund, warum ich gebuzzert habe. Und zwar waren wir jetzt alle so rum in Security und so. Und Musti hat sich voll auffällig auf diesen Vent in Security hingestellt, so zu gucken, okay, was kann man da machen mäßig. Und dann bin ich sofort in Emergency und er ist mir gefolgt und dann ist er irgendwann mal stehen geblieben. Und dann bin ich... Gerade wurden zwei gekillt. Ich habe Top von meinem Augen gesehen. Digga, Musti, okay, wenn ich das war, warum hast du nicht... Wieso hast du nicht reported? Äh... Ja. Genau. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten Musti rausstehen. Oder es sind halt Elena und Tom, die Tag Team machen. Kann auch gut sein. Ja, stimmt. Man kennt diese Plays von mir, oder? Man kennt diese Plays von mir. Ja, immer diese Self-Report, Buzzer drin. Digga, also wenn ich jemanden sehe, der vor meinen Augen mir umbringt, dann reporte ich das. Vielleicht kennt sie den Report-Knopf ja nicht. Ja, komm. Ja, komm. Also ich finde, wir müssen auf jeden Fall wählen, Leute. Digga, ich war sogar noch mit Mo. Ich war sogar noch mit Mo, Alter. Also ich finde, Musti am Sassisten... Also Musti hat am meisten diese... Digga hat geschossen, ja? So. Boah, Junge... Nee, wir müssen halt wählen. Die machen jetzt ein Doppelkill und dann... Ich glaub's halt nicht, dass es Musti ist. Ich glaub, irgendwie Tom... Aber irgendwie nicht. Aber was soll man auch machen, ne? Ist nicht euer Ernst. Obwohl, wir können ja danach mal Tom wählen. Ist nicht euer Ernst, Jungs. Ja, safe. Mo, bitte, mach dann den Doppelkill. Eih, scheiße. Lol, es ist Tom safe, Tom oder Lukas. Mo, mach den Doppelkill. Mo, mach einfach 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 den Doppelkill. Junge, let's go, Mo. Super. Let's go, Mo. Alter. Aber das kann nicht sein. Wir hätten... Ich bin wirklich gestorben. Wir mussten schon längst mit den Aufgaben fertig sein. Das kann nicht sein. Let's go, Mo, Mo. Also ich hab ein Kippe gemacht. 69 IQ Leute. 69 IQ. Du. Du.